So, wir mal gucken wie gut ich supporten kann. Ob das überhaupt hinhaut, besser gesagt. Eva mach ich vielleicht mal noch ein bisschen lauter. Ja, mit Soraka. Ja, richtig. So, dann spiel ich Soraka. Aber bitte Soraka ein bisschen Agro spielen, weil es macht einfach viel mehr Spaß. Don't tell him what to do. Flash und Ignite? Ach. Ignite und heal. Das mag ich denn überhaupt nicht. Flash und Exhaust. Ich bin schon ne Flash mit nem Flash und Exhaust, eh. Was soll ich denn bannen? Ja, so. Okay. Abgeboren worden? Ja, das ist immer gut. Spaß mit. Spaß auf. Nicht was. Gamer, warum bist du geliebt? Ah. 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 Nö, nö. Ich hab da nix getrieben. Was ich ein bisschen scheiß finden ist, dass ihr jetzt wirklich kaum eine Rune seid im Jahr. Was ist denn eigentlich, ähm, Blossary? Gibt'n das am Passiv? Gamer. Das gibt'n das. Das gibt'n das. Ad und Ab. Z ist schon. Wer noch? Dann Yasu. Äh. äh 3y y a von irgendwas bling 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 no cure for fools nein vladimir ist ja irgendwie op oder so gg spiel ich halt den da ich denke hier spielt man das beste auf dem press the attack oder ja ja würde ich machen ja ja würde ich machen äh nämlich live steal tenacity oder attack speed ist alles viable sondern tenacity tenacity op viele neue wards die nehmen die nehmen wird schon noch flaschen pack gegeben dann heal oder ignite weg beides flaschen von meinen schönen neuen wardskins nehmen super sucht der gelbe roboter kann der gelbe roboter der ist nicht dein robofreund robofreund schnell hast du schon gehört meine kelly ängt Ouais Klar geht's gut, dir net oder was? Ne, ich bin wohl wieder befordert. Wann habe ich das letzte Mal gespielt? Vor zwei Jahren? Vor drei Jahren? Halben Jahr ungefähr. Naja, länger her. Ich hab mir auf dem Kalender markiert, es war der 4. Mai. 4. Mai, abisch rot markiert im Kalender, weil du online warst. Was nehme ich dann als erstes? QW oder E? Was hat er? QW oder E? Ohoho, der will's wissen. Das heißt, er geht runter, ignitet die Botlane und ciao. Was? Wer macht man das so, oder was? Der ist net, was er vorhat. Der noch dabei. Der spielt wahrscheinlich später noch mit TP. Kann ich jetzt die Sun-Espels alle paar Minuten wechseln. Das ist noch ein Red-Off, ne? Boah, der hat sich schießt. Ich hab einen neuen Poro-Wort bekommen. Meine Flügel, die glänzen mit Eis. Warum? Weil die meine Hände sind. Das ist, das ist der Komet. Mit der Unsicht drumherumschwert. Ja, und warum glänzen meine Flügel so? Glänzen doch gar nicht. Blaue Kreise um meine Flügel. Bei mir nicht. So, und wenn der Gamer mich jetzt schildert, oder heals, dann drehe ich movement speed. Boah, Max! Max! Ah, ne! Ah! Verdammt! Das hätt ich mal nicht geben, wenn ich das Jungle-Camp mache. Super. Warum soll ich sie jetzt nicht geben können? Weil's jetzt cool da, ne? Wo steht der? Hat's, hat's jetzt cool da? Ich weiß es nicht. Hä? Doch! Hä? Steht bei mir gar nichts. Das ist meine, ne? Ja, ich weiß. Ich bin cool. Danke. Ah, du isst ja. Wie ging das nochmal? Mit dem Fragezeichen und wo? Alt. Alt und dann mit Maus, also alt gedrückt lassen, dann Mauszeiger ziehen. Ah! Ich kann schon richtig auswählen. Ich killte Overheal ab, wenn der Gamer mich Overheal? Ja. Das will ich mir mal jetzt mitnehmen. Aber das ist cool, dass ich das auch mitgenommen habe. Da hab ich nämlich jetzt gerade auch einfach gedacht. Also das ist nicht so wie PC, so, ne? Das Stuntfeld zuerst, oder das andere krumme Ding? Andere zum Poker. Wie, äh... Also... Hitspring? Ja, genau. Jetzt kannst du mich umsonst tiefe, so zu sagen. Oder? So war das bei Soraka. Spiegel. Äh... Ja. Effektiv, ja. Wenn du glitzerst und dein Q getross hast, dann kannst du das auf Verbindete weitergeben. Mit ner Heilung. Wer hat zu essen? Ist der? Ich bin zu gut. Nice. Ich bin zu gut. Ich glaube eher das. Nein, Eva, du rasiere ich eigentlich nur. Eischmecher. Später kannst du mit deinem W, wenn der angelockt kommt, Blitzcrank, kannst du einfach silence und dann kann er nicht hocken. Ganz praktisch. War nicht das W, das war's E. Ganz praktisch. E? Das war's E. E silence, ja. Ist dir auch egal. Richtig. Mit deinem silence. Richtig ist, dass du silence erkennst. Und du bist auf die Map guckst, wenn irgendjemand mal gleich low fällt. Das ist ne Halt. Das sind dann die High Mechanics. Das sind die High Mechanics. Du, das, das, du musst mir schon ein bisschen aufpassen. Was ist, da steht im Busch, ne? Bleibt der oberhin Schild, oder? Ne. Der ist... Edicate. Where am I needed? Ah! Das war knapp, hast du gesehen. So sieht das aus, wenn er im Schoko blieb. Ah, hab's ja schon gesehen. Er wollte ja den Golem schon kicken. Aber ich selbst heile darf ich gar nicht. Geil. Du hältst dir der Q. Musst du beim Q treffen. Musst Q treffen. Das kannst du ja ruhig stemmen, wenn du Kumpen auch noch nicht. Aber du musst die Gegner treffen, wenn du mindestens. Ist schon klar. Komm, Butler. Ich schaue den Q. Jetzt gehe aggressiv, Gamer. Gehe aggressiv! 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 Ich schaue du auch um Q. Was ist das zuo und Q? Was ist das denn? Gut, blieb ich vertraf? Also du hast du schon bis zuvor, halt nicht, dass du Guckwaren kannst, du kannst du spülen und einfach nur streben, so die Ozone. Nice. Ich fand nix. Ich fand nix. Ach, diese komische, äh, orangefarbene Blase vorhin, war der Overheal oder wie? Hm, was kann man so sagen. Nix mal Nostraga zuerst, das ist Q, oder? Cool, der weh. Kann wahrscheinlich auf die Blase zählen, dann ne Pussy bist du wahrscheinlich echt dran. Jep. Was ist? Wah! Sneaky. Da kann man die Advanced Blase in dem... Man kann sogar im Chat lesen, was die, äh, für Summoner Spells genommen haben. Unsealed Spellbook. Unsealed Spellbook. Ach, ich schaff's nicht mehr. Ja, die Shyvana ist auch da nur. Das Crank ist vorhin gegangen. Hm, das wäre ja. Oh, der ist weg. Geh 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 weg. Seid gut. Geh weg. Geh weg weg. Geh weg weg. Ich hab sogar nen Assist bekommen, ne? Ja, ich wollte grad fragen, geht das? was pickt der mir jetzt ein fragezeichen wenn er richtig scheiße spielt das seh ich nicht ob da diese mana band mastery ab ist ich hab so eine goldquist wahrscheinlich an deiner buffleiste naja einfach so lirio münze auf der lane upgradet sich das teil dann von alleine oder was also die passiv upgradet sich aber die weiter muss ich noch kaufen ich weiß ansonsten gucke mal vielleicht auf der rune kannst du neben deinem typ icon da kannst du anwählen auf der dairun oder dairchampion irgendwo angezeigt kriegt vielleicht steht das ja das habe ich gerade erwartet wird man so vorher abobo mana blauer boy mit deinem namen drüben ich war gerade so ich muss hier aber hier vollgas der halt immer viel also die divine power ist karten nicht weit oder was ja 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 was ja der heilung der ulgubu geht auf alle leute für karte ja auf alle verbündete für karte aber du kannst immer über dem map einfach jemanden angucken ja wenn du siehst hopplane geht grad sterbe dann kannst du vielleicht noch etwas geben wenn du denkst dass geräte fallen dann sind wir nicht stellen calm und bad wir müssen Ich hab so schicke Schuhe! Die Glitzer! Das ist magical auf die Tür. Der Holy World inbound. Ich hab so schicke Schuhe! Die Glitzer! Das war grad irgendwie falsch. Überall war grad irgendwie scheiße. Ja, der ist halt der auch leider. Nice. Hat er es geliebt. Und entgegen! Was hab ich gesagt? Und ne große. Die kann sich wegbullern. Auf jeden Fall, ich bin nimmer da. Ich muss nur Bail. Der ist hier. Der, die, das. Der, die, das. Komm, wo mit am besten werden. Das ist jetzt ne Toko während dem Job. Der, die, das. War bestimmt Drake, oder? Ah, ne. Kannst du durchaus mal rein, durch die Schwerner. Die ist so fies, ne? Hm, die ist so fies. Diese fieser Fick. Was? Was steht im Dude, oder was? Was steht im Dude, nun will ich was? Kannst du dir sogar garantieren, denn? Ich bin nachgeschöpft. Was? Au! Apropos Schewanna. Schewanna, Schewanna. Schewanna, Schewanna. Hm. Alter, Eva. Komm, okay, die waren noch nicht beißen. Hab ich noch eine Frosch kaputt. Was? Vorsicht. I'm my way. So, 39 Maler. Ich komm, der Mann. 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 Ist er ja schon. Der Mann ist. Bonk. Schewanna. Ja. Ich bin basic. Ja. Ich muss mal aufpassen. Ja, wahrscheinlich irgendwie. Alles gut. Ja, der Sohn ist zu sicher. Aber die kommt auch mal. Jetzt bin ich nicht mehr da. Jetzt seid vorsichtig. So dann. Ich hab Ei ab und alles. Ich hab kein Mana. So eher. Eier. Nur eins weiter. Ein Ei amputiert. Indium gewordet. Mhm. Wo? Oh, Schwannertopf. Wie der Man Ignite gewesen. Alles gut. Der ist ab. Ein paar mehr dran. Akali war in der Mitte gewesen. Sie könnte. Soll ich auch schließen? Stimmt. Kann doch noch ein Buff so, ne? Ja. Oh oh. Jetzt sind sie alle los. Renn, Renn Gamer. Renn, Renn. Ulti. Run, back, run. Puh. Oh, wo kommen die jetzt? Der verschwindet da unten. Flo, runter, runter. Nein, wir fallen nicht. Oh oh. Ich hab mir zwei da Flash getroffen. Naaay! Waaay! Loll! What! Was hast du ja geile gekuckt? Mit nem Stechen, mit nem Stechen oder was? Ja... Das war doch mein Geheimnis... Woah... Jedei... Ja ja, der kann schön... Schön weitermachen. Das war natürlich geplant, ja. Wer ist da? BTF? Illy! Näh, der Backup. War schon cool. Wow, ich hab schon 8 extra Abwehr. Das ist so viel. Wunderbar ist. Das ist meine Mustray da durch die Turm-Mustray. Soll ich unten wegbleiben, oder? Kommt drauf an! Auf jeden Fall. Neue Boots. Neue Boots. Leiden die Magical Boots. Die sind ziemlich nice. Kann ich schon empfehlen. Katzen meinen... Nein, er hat meinen Blubuff! Er hat meinen Wurf! Nassos. Das damn gute. Er hat ja schon Blubuff. Nichts wo anders! Ich glaub, der Teuf hat mich einfach nur warm gehalten. Das sind fast alle, bitte. Zwei kommen runter. Ja, lass mich weg. Ja, lass mich weg. Ich bin tot. Broken Stopwatch. Das ist irgendwie so ein komisches Vieh. Bist du, Max. Das bist du. Mhm. Ist klar. Ja? Du bist ein komisches Einhorn, Mensch. Nein. Dings. Nein! Nein! Nein, es ist verstappelbar. Ich glaub, die sind nicht so gut, unser Gegner. Ist auch mal ganz nett. Ich bin... Wir sind hier gefriedet, denk ich mal. Ich hab auch vorhin mein erstes... Ja, das erste Mastry 7 Token. Irgendwas ist hier rechts unten. Mastry 7 Token. Ist auch Raka-Tool. Ich bin fast so ein zu einem halben schlechtes Spiel. Also... Ich hab so schlechtes Spiel, ey. Aber ich hab einfach ein S bekommen. Ja, das ist Drake machen, genau. Ja, das ist Drake machen, genau. Ich weiß andere Ton. So ist das, ne? Hey, what way? Hält dir einfach. Na, mach Mimik, ey. Na... Ich muss die Hilfe... Was hast du denn? Hält? Ja. Wollte ich eigentlich davon abgrenzen, das hab ich wirklich geholfen. Höre Spuckgeräusche, ist was gesagt. Oh, da ist plötzlich... Mö, ich hab noch 30 Sekunden, kein Eye, ich muss aufpassen. Ein empörtes Ausatmen war das. Wir haben ja die Minions klaut und wobei grinst, ey. Klapp schon aber. Ach, der... Im Schmuck-Facecamel hat man das schon gleich gerade gesehen, ne? Ja, natürlich. Wie so übelstes Grinsen. Als das Gold aufgekloppte von Minion. Ne, das... Ne, wenn ich was... Das Grinsen... Das hast du bestimmt mit dem Grinsen von einem Pferd vergleichen können. So hat der gerade gegrinst. Du? Wie ich wohne schon auf dem Pferd. Richtig, nur die Zähne. Ah, da mehr. So hat der gegrinst. Richtig so. Richtig so. Richtig so. Vielleicht wenn die Blügel so weiß, äh, so leuchten. Vielleicht ist das dann, dass diese Mastery dann ab ist. Ja, welche? Ah, da war ein Stopp-Ton. Das ist... Das kann man auch machen. Ja, ja, das ist das. Vielleicht sieht man das auch nur selber... Oh Gott, da hab ich gerade versprochen. Vielleicht sieht man das auch nur quasi selber. Ja, ich denk... Ich denk auch. Weil, das sind Scherche nämlich einen Haufen Scheiß, die wir nehmen. Ja? Ja? Oh, nicht getroffen. Ja, ja, ja. Richtig so. Elfen in der Mitte, Gamer. Aber er läuft so rum, dass du nicht sterbisch. Ah, fuck. Ich würde auf der anderen Seite. Hm... Ah... Ah... Ich kann einen Mana gar nicht machen. Ich kann nicht leiten. Das ist aber auch alles. Ja. Und das hab ich. Aber sonst hab ich nix. So. So muss ich wirklich gehen. Ich kann der Blooper-Fäscher wählen, oder? Ja, ich hab auch einfach über 3k Gold, also... Wär jetzt halt Hard Mode nicht zu krasen. Schwach... ... ... ... ... ... ... ... Asus macht dringelpicks mit anfassen. Ich habe heute eine Nachricht gehört, dass wir amtliche, ein drittes Geschlecht eintragen lassen können. Ist das geil, oder was? Oder ist das unnötig, oder was? Ein drittes Geschlecht? Vielleicht bei der Gewurt ist es ein bisschen übertrieben. Du kannst einfach draufschreiben, da sind Diverse. Ah ja, Inter heißt das wahrscheinlich. Inter heißt das wahrscheinlich. Achso, gut, ne für die wirklich Inter... also für die halt auch rein physiologisch Intersekten. Jaja, stimmt. Ich hab grad einfach nur verstanden, Inder. Ja, intersexuell. Richtig. Inder, ja. Ich stehe brutal auf Curry. Ach wei, ey. What the f***. Ich hab nur seit 30 Minuten nachgemacht, oder? Ja. Hat sie mir nicht gebraucht, das war nicht schlimm. Kommt sehen. Bei der Currydessen. Was machen wir? Ja. Wir gehen jetzt rasieren. Wir gehen jetzt erstmal Curry kochen. Richtig. Wir haben Angst. Ich geh gar nicht von vorne ab, ey. Da muss er auch viel gebraucht werden. Ich muss morgen... einkaufen können. Ich bin geil. Aufstand oder was? Ja. Tschüss, KL. Was ist das? Ja, ich bin da hot. Was? Hey. What the fuck? Oh, oh, okay. Hey. Oh, fuck. Alter. Ash. Vergeben. Sorry to stack down. Freisteigst du. Nein. Flash. Verflash. Ignite. Was? Warum? Cooldown ist. Man muss die Knide of Cooldown user, ansonsten lösen wir das falsch. Das ist ja gerade auf Cool angekommen, ja? Gerade eben. Where am I needed? Wanner, Shewanner. Alter, wie lange braucht ihr denn da um die Crabbe zu machen? Crab. Was? Hat halt gehackt, oder boah. Oh, jetzt schon 24 AP, ja? 4. 12. 20. Ich mag die 2 mit den Crabbe zu machen. Ich weiß ja nicht, schnaßig. Halt durch! Ich muss farmen hier. Tut mir leid. Ja. Ich kann ja auch mal ein bisschen Schnappbe zu werden. Ich kann ja auch mal ein bisschen Schnappbe zu machen. Ich kann ja auch mal ein bisschen abziehen. Okay. Ich will das Game doch nicht so rauszögen. Ach, nee. Gegen Land vielleicht. Wir müssen die Gamer auf Challenger Niveau bringen. Wir können das Game nicht rauszögen. Wir müssen seinen Champion Pool erweitern, damit er mindestens zwei Champion spielen können. Wenn ich den Ausdruck an die Gamer sind, dann werden wir schon ins Quad. Koraka wird mir zuerst geklungen. Nach meiner Meinung kam nicht. Oh, Koraka wird auch geklungen. Nee. Okay, in meinen Spiel, in die Spiele wird die Opfer. Das war ein bestimmter Meta Spiel, ich muss so irgendwann, da weiß ich nicht. In den Spiel, die ich in letzter Zeit nicht wiederfad. Der kann ich ja nicht sagen. So, ich neide es drauf und Warum tun wir das Game nicht close, ey, ne? Weil der Quilz gemeint hat, der wills rauszukommen. Richtig. Nein. Ja, ich kann. Ich hab's wohl nicht so getrennt von Miroslav. Die Dicke immer, glaub ich, nicht, oder? Ne. Ne. Wenn Miroslav close wirds, versteh ich nicht. Wee. 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 Dein Goethe ist geplatzt. Ah. Ja, boah. Kalt jetzt mehr, kalt jetzt mehr. Jetzt kann man anfangen, das langsam zu close. Oder wie hin. Das können wir nur drüber machen. Wall. Oh. Dann ist gerade hier Abfuck. Tja. Soviel dazu. Mo 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 Monster Abfuck. Kann der Nasus zurecht pingen hier? Was ist los? Willst du dich buchen? 6 hat er 411. Na ja. Ja. Die Eva war besser gemacht, Leute. Sklamnarbe. Aber er ist halt das Phantom from hell. Warum ist er nicht das Phantom from dunkel? Der war schlicht. Ne. Also völlig gut. Der war schlicht. Der ist ja alle lachen und du kommst einfach und bist einfach der übelste Basskill. Richtig. Der war schlicht. Welcher willst du denn nicht seit 5 Minuten gehört haben? Halder. Seh ich das. Der Tod steht immer wieder, dass du den Max bist. Wer ist der Gamer? Wer ist der Max? Wer ist der Max? Wer ist der Max? Wer ist der Max? Wer ist der Max ist die Frage. Wer ist der Max? Wer ist der Max? Der ist mein Kanzler. Der hat die ganze Aufmerksamkeit Toplane auf sich gezogen. Warum suche ich mich gleich wohl die Juso Gamer? Wer will hier nicht rauskommen. Boah. Ruck ist raus. Boah. Falt. Ich bin der Max. Oh, der hat alles gefarmt. Die haben mich farmtechnisch überholt, what the hell? Oder what the dungle? Der fach, äh... Warnabend. Blitzcrank kommt nach unten gerannt. Krab hat's auch noch gemacht, alter. Ich hab ein bisschen so schnell nur den Frosch gerannt. Ich wollte eigentlich hochflash und wollte so der Clow. Aber um zu sagen, dass du viel Frosch gerannt hast. Ja, der Axi N'Gao ist schon mal da, wie irre. Alle mir die Minions glauben wollen. Oh oh, kill it! Ich hab jetzt gegartet. Ich hab jetzt gegartet. Nein! Alle tot! Mach Drake! Mach Drake! Mach Drake! Oh ne, mach nicht Drake! Mach Pitzcrank! Versager! Der pusht da denn mal irgendwie? Was macht denn Nasus? Der müsste schon längst an dem anderen Tower sein, oder? Der müsste schon auf der Bot-Seite rauskommen eigentlich. So hart müsste der pushen. Der ist die ganze Zeit nur auf der Top-Lane. Beim nächsten Cover wieder mein Ei. He, he, he. Äh. Lol. Alter, wer die Minions outplayed, ey. Krass. Das war die Bash Redemption, die ich in meinem Leben gesehen hab. Der macht einfach... 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 Der macht einfach nur... Der macht einfach nur... Der macht einfach nur... Der macht einfach nur... Highlight aufnehmen, ja. Hm? Highlight von Nasus... Macht eine Vape in 5 Minuten. Nein! Es geht um die Redemption, die er grad geüßt hat. Die war richtig... Aber bitte Silverscrapes zu tun. Fuck... Haben wir den Ding so nicht, ja? Der... Der... Der komische Stein-Boy. Fargon. Dein Boy. Ja, können wir machen, die anderen ist da oben. Oh, guck mal. Ich bin nicht in mir. Gut geschmeid. Na ja, jetzt fand ich mit meinem... äh... Geh... Oh, der Autor ist. Mitfahren ist die AK-Ali. Was ist denn zur Fehlerbahn? Ich will aber nicht. Ja... Müssen halt alle umdrehen. Dann kommen. Wenn die aber jetzt auch nicht drin... Wie klar fallen! Was ist denn? Die 1,5 für Stopp? Oh, lasst die da oben nicht machen. Die werden nicht kennen. Die Ahnung, es kommt hier schon. Ja... Da hat Harley komplett ausm Busch gesprungen. Ja! Die ist nach oben rausgerannt. Und unbedingt das Island in der Fuß. Genau. Nur drei Fuß. Das ist das Wesen. Herz. Ich bin die alle mit dieser Kumse Mastery. Ah, jetzt schuldig, jetzt schuldig. Äh... Das Islands fällt genau noch nicht. Das war... Hätte mir nur Mana geben müssen. Finde ich gut, dass man das einsetzen kann, obwohl man tot ist. Da ist kaum wieder gelegen, ne? Nein! Wir sind genutzt. Wo soll man denn hin? Ja, also ich pushe wieder in Zeitlupe. Ja? Nein, dann muss ich es ja machen. Nein, dann muss ich es ja machen. Na... Na... Ja... 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 Das war ein... Eva... Ja, ich hab gedacht, die geht jetzt voll in Dacen, aber ist der gar nicht. Da, hier... Ich mach den Ding, ey. Ich hab den Karten echt spitziert. Was ist mit dem Nasenschreibe? Ich habe das Hecht geholfen. Geh'ahead. immer wie viel aufladung immer kann die dauern die auch scheiß um die machen hier ja ja genau wir müssen aufwarten keine ahnung könnten könnten schmecken das geben es langsam wird irgendwie blöd dezent warum ganz langsam einfach klein weil guck doch guck doch wie der pusht weil der will seine stacks farben weiß ich er fahrt immer noch seine stacks hat 700 stacks bald aber er muss ja so raus fahren er muss ja und wenn er dich carryt dann freu ich dich ja dann soll er das mal machen was soll er so machen 30 Jahre farmen er muss doch noch farmen man 4 4 5 6 5 6 Da kam ich nicht mehr raus. Wir werden gerade ein bisschen aufgerieben, ne? Ey, er fällt ja nach. Man, Slowpush nennt man das, Leute. Das ist die falsche Game-Phase, find ich, ne? Alle müssen die Slowpush, wenn sie so weit sind. Das ist die Peile, die ich mir gerade verliere, ne? Ja. Ne, die sind fertig. Alter, jetzt so weit kommt ja so weit, ne? Ja. Na, GG. GG, wirklich. Aber er hat wirklich wieder Deck bekommen. 100 Punkte. Klar, wir haben das auch weggespissen, aber das hat jetzt mal nicht geholfen. Ey, der hat halt nun gar nicht geholfen. Wir hätten halt viel mehr Bad Pressure gehabt, wenn der nicht gewinnen wäre. Bzw. wenn er es richtig gemacht hätte. Eieieieiei. Honor a teammate. Ich will mal Loot. Kann man doch nicht. Nee. Ich will auch FreeScar. Das darf ich nicht. Kann ich mal irgendwo paar Mystery Rewards kaufen? Nee du, der Nasus war keine Hilfe. Wir haben jetzt ein anderer Top-Mailer. Willst du wieder Support spielen? Du magst lieber Support spielen, habe ich so das Gefühl. Oh ne, solange ich Anivir spielen kann, geht es auch. War ja auch grad ganz nett bis auf am Ende mit der Akali. Hätte ich anders angehen müssen. Pass auf, Joscha, du bist live. Ich finde die Soraka irgendwie ein bisschen langweilig. Dann hast du falsch gespielt, ja? Falsch gespielt? Nein, 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 nein. Du darfst mir gerne zeigen, wie es geht. Nicht unbedingt. Dann spiel ich Anivir. Mehr, mehr, mehr Q's, mehr Q's. So. Dann. Windmarch. Windmarch. Dann vergesst er sich nur. Boah, jetzt ist das Unternehmer lang, ey. Wenn dich richtig kurz kommt. Allerdings. Wo hast du eigentlich cooles Chariq? Icon. Hm? Die Frage ist auch mal viel cooles Chariq. History Icon. Oh nice, ne? Kannst du ja doch kaufen. Also du hast random Luck. Aber du hast wahrscheinlich eh. Wie viele Punkte hast du denn Trader eigentlich? Also nehme ich jetzt so Hacker oder? Ja, ich kann hier mein Loop nicht öffnen und kann mir die Punkte nicht holen. Ja. Also wird er verbuggt oder wie? Ja. Weil ich höre nach. Die kochen bei mir auch nicht aus. Aber jetzt. Muss ich... Muss ich nachher steuern. Ja, auch nicht funktioniert. Wieder Yasu weg? Ja, hau ne weg, die dumme Sache. No cure for fools. Dann doch was. Äh, Flo, du musst Banner. Banner im besten Set. Alter, Flo. Sei gut. Oh, Soraka ist weg. Gut. Champion Pool. Down. Wüsst' ich. Champion Pool. Down. Ja, Morgana geht hier noch. Ja, kann spielen. Aber Soraka wird ja nicht gebannt. Äh, sowie dazu. Toplaner. Am besten. Ja, am besten Toplaner. Aber am besten, am besten spielst du Toplaner. Toplaner wär ganz gut, oder? Aber am besten. Aber am besten. Aber am besten, Joscha. Ja. Pickst du Toplaner. Toplaner. Ach, der ist hier noch einer hinzukommen. Habe ich gepickt. Ich kann doch Karma spielen. Hast du Toplaner gepickt, Joscha? Ja. Alter, er ist Toplaner. Holy shit. Ja, aber auf Karma ist der... Wollte mit Hetzen nicht stark. Ja. Morgana geh ich dann bei Morgana eher ein bisschen auf Domination oder sowas? Du Bock hast. Wir sind halt gerade alle selbst schon rausfinden, was am besten funktioniert. Das Guardian ist halt bei dir glaub ich blöd. Naja, ist auch gar nicht so gut. Ja. Dann geh ich auf Domination. Punkt. Mal sehen. Ich feed jetzt mal. Ich bin mal wieder am feeden. Das lustige Rest hat bei dir das einzige Spiel, wo du nicht Evelynn gefeedelt hast, hast du schon mal verloren. So sieht's aus. Du labern mal nicht zu viel. Haufen hässliche Wortskins, ich hab's gesagt. Was denn jetzt? Was hat's mir jetzt für ne Scheiße in gelockt? Hm. Alter! Das ist... Ahhhh. Rivals! Ja. Manchmal switchst du auf die Presets, wenn du nicht voll drin bist. Das ist so dumm! Ja. Wenn du nicht fertig bist, bevor es da steht, choose your load out, dann switcht er einfach direkt auf die Preset. Ja. Oh, okay. Ja. Ich mein... Okay. Es ist nicht ganz dumm. Aber es ist auch nicht gut. Ja, aber es ist halt nicht das, was du willst. Ja, richtig. Aber ehe du halt gar nichts hast, ist das die Presse nicht. Ohhhh. Wer ist jetzt raus? Irgendein random von Nintendo. Hm. Wir hatten Angst zu drunter mehr. Ich glaub bei mir ist der Quarant. Nee. Warte Flo, ja. Wir sind zurück nach der Lobby. Hä? Mach. Warum? Ich hab's nicht. Bei mir ist es... Ein bisschen Fickse, ey. Die Fickse. Nee, ist nicht. Geht's nicht? Ich kann's nicht filmen. Ich... akzeptiere mich. Ja. Probier mal's nochmal, wenn's dann nicht geht. Und laden wir's dann nicht rein. Jetzt ist da. jetzt die eva muss nicht sehen ich hab das kram gerade ich wollte klicken und dann war es schon weg so ich warte jetzt mal kurz ich zähle bis 10 das schreibt das schreibe ich jetzt an meine facebook chronik als leben sein hat ja ja geschafft eigentlich wäre ich so ganz angetan vom tank auf der top land richtig du wirst du deinem schweb bei erkennen was du denn das jetzt oder war das platlast verringert naja das hat ja das hat da immer komplette platz innen jetzt kann ich die ev spiele so ein schweiß mir selbst von allen gegen krimis entweder sagst du hast ein starker lane gegner dann nimmst du halt entsprechend die resistenz oder du hast ein schwerer lane gegner oder beziehungsweise du denkst dass der adi zehn minuten lebt dann nimmst du eine andere ok als das andere mit dark harvest wechsel wie sehr er ist Ich habe meinen Hampel als... Geil. Das ist gut. H Saved. Beutel, jetzt geht's ab. Ja, ich muss mal gucken, das ist auch gut. Ich habe jetzt mal Aftershock dabei, dann guck. Aftershock? Ein besserer Crafts auf Ornn. Das ist sehr gut. Ja, das war schon vorher die Wahl eigentlich. Ja, ich habe davor auch gespielt, aber... Ja, also Ornn mit Crafts war eigentlich immer das, was am besten funktioniert hat. Das andere, das ist halt so... Ich weiß nicht. Ja, in Teamfights könnte das ganz geil sein. In Teamfights ist es nice. Teamfights ist immer nice. Allerdings auf der Lane hast du halt Probleme dann. Meiser Scheiß. Wie spielen die eigentlich auch in Leipzig? Die Nananas auf jeden Fall. Bilderbuch. Ja, die waren letztes Wochen und dann gesagt, sie kommen nie wieder. Nein, warum sagst du sowas gemein? Weil's die Wahrheit ist. Alter, wie er einfach die reudigste Mastery im Spiel pickt, ey. Ich will mal gucken, wie die reudigste. Nein, Dresden und Chemnitz. Busset. Ist auch in der Nähe, das reicht doch. Wer die reudigste Mastery im Spiel? Ein Lethal-Tempo-Rainer-Spiel. Wird ja niemals die reudigste Mastery im Spiel pickt, ey. Wird ja niemals die reudigste Mastery im Spiel pickt, ey. Hast du aber schon. Erzähl doch keiner. Alter, einfach ohne. Wenn die Aimung ist dann, dann und dann kommend aus dem Komet, ey. Die sind auch richtig so Farbkonzept-mäßig unterwegs, ne, bis auf Soraka. Ja, die ist ja boosted. Ja, Tatsache. Die ist doch auch blau. Die Soraka ist doch auch blau. Das habe ich schon mal mit Dark Harvest gespielt. Äh, ich will jetzt immer wieder wieder los. Du musst warten bevor ich mehr Emotes benötig bin. Waaaaaat? Oh, er kommt. Ich hab nur den kleinen Kopf. Brot den Penguin. Du brauchst halt Geld, ne? Den? Oder den? Ich hab nur den Kopf, weil ich nicht zu viel Link gespielt hatte. Der Klan oder was? Ja logisch. Apropos was das heißt, mein Klan ist auch deiner Noob Pfeife. Du Noob Pfeife, ja. Das ist nur einfache Pfeife. Eine Noob Pfeife, bische. Bleib bei mir stehen, ich will leid. Mach mal. Warum haben die eigentlich das Spiel früher anfangen lassen? Das meiste voll stressig. Ja, ich war grad irgendwie verwirrt mit dem Jungle. 1.30 anstatt 1.40. Brake ich. Haha. Guck mal, wo der Startkart ist, Crani Cackladlen. Ja das kommt auf nem Jungler eigentlich zu stark sein, denn du kommst dann rein. Ja, auf Jungler spring ich halt extrem hochstack. Das istène verärs. Du kommst dann in die Lane rein und hast dann halt direkt einen Auto Attack mit massiven Schaden Und zwar jedes Mal wenn du den Junker überlöschst Ja eben Alter ich hab noch keinen hier ne Ich mag den Orden, den Dash Der ist echt cool Der Legendary Der hat einen sonst gekriegt Eigentlich, weil der hat doch kriegt auch einen Legendary Wölf Man kriegt einen Legendary Spin Ja für gekaufte Runenseiten Was? Ich hab mal Runenseite gekauft, was geschissen geht RP 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 Mit RP gekauft die Runenseiten, richtig für 4 Stück Für bis zu 4 ein Legendary Spin Ach soo Hat die kann man so machen Alter ist auch nervig mit deiner Komete ey Oh oh da kommt ne Shen Ich bin raus Weiß ich noch nicht Vielleicht Nee Komm dir entgegen Ich komm dir entgegen Ich renn gegen jemanden Der SK tut einfach mit jedem seinem Spell das Ding frocken Cool da Mit dem Gemültruh Die Golemsverarmung Kommen die Mujo Pleasure Und den Yerza Abgeschont Das macht überhaupt kein Spaß ohne Ich glaub wir muss mal zurück Ich glaub wir sind halt die Medelmede Die 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 sind halt die Medelmede Aha wer da ist Der Shen war hier Der Harvest jetzt noch deinen Krompt Dann komm ich mit Gank Danke Schau wie der Kostblatt Ja Jetzt war ich ja nimmer gang gekommen Jetzt kann ich weiterhabe es Also der hat Victor hat keinen Flash Und der ist mega lower Der wird jetzt auch verspäßen Er muss zum Elf zu pushen Er hat auch attacken Weil der Turms nicht platt macht Ich steuere nicht das hier aber Richtig Ich brauch unbedingt die Gankung Ich brauch unbedingt die Gankung Ich bin ja im Haar Ich bin zu toxisch Ich komm mal jetzt Gank gedropt Die Lane Wo ist denn eh gleich drin Au Au Ich hab auch kein Flash ne Der wird geharvestet Ja Du hast immer schön Du hast immer schön Wie viel geharvestet Das ist die Belohnung dafür Und viel Damage gemacht Jetzt kann doch nicht Das ist gekrefert Ich hab auf jeden Fall jetzt Die Seele vermittelt Wenn es dann später Er muss dann später Er muss halt jetzt wesentlich mehr Schade Klingt doch gut Ja Das ist gar nicht so leicht Es ist gar nicht so leicht In 20 Sekunden Durch die Top-Lane zu kommen Zum Gank Ich hab jetzt schon wieder abgeladen Die da Die da Die C-A die Die gelten noch 20 Sekunden gesehen Oder was Also gebacken Ja Ah Ich dachte das Ich hab das nicht Ich hab das nicht geholfen Ich hab das nicht geholfen Mit dem Ich hab das nicht geholfen Mists Ich hab mein Ei und mein Flash geholt Weil ich auf der Lane gerecault hab Mergt man das So Lass mich in die Tür Der Typ nervt ohne witze aber es ist so sache für sich muss wirklich sein das ist sehr eigen ich glaube ich geh mal zurück hp holen scheiße bei jeder seiner fähigkeiten kommt halt dieses gummische blaue teil auf einmal auch hinterher ja und jan zu bayern ist es wirklich er hat drinnen und den krok kann ich nicht mehr oder so was ja ich meine oder komm komm ich ja du bist ja leider schon vorher verweckt ich habe halt wirklich eine sehr farm orientiert in a street nicht der bewusst sein max schafft die schnell ja zumal ein schneller ist er netz nicht aber wie die minions sind einfach so warte wenn er warte geht schnapp ständig schnapp ihn dir tüger können wir jetzt mal los go hat man chen gesehen in letzter zeit ne ne ist doch ein ninja die sieht mich nicht aber muss ich auch dazu attacke bitte alter eva und resisen mann ja ich bin jetzt gold muss ich mir halt hier äh ne jetzt fragt man so eva hast du vorher viel zeit und geld in rune seite investiert oh what the fuck und dir zu erstellen oder was jo und dann hast du bauch interaktion was ist er dabei nein vorher vor das mit der alte rune also also prinzipiell kannst du eher davon ausgehen dass leute die sich vorher net so viel drum geschert haben jetzt tendenziell ein bisschen besserer werden die die leute wo sich vorher viel drum geschert haben so oh oh alles mein skill toll was machst du jetzt hier ziehst du mich hier runter eier nein alles mein skill nein nein denn ich zieh dich net runter net alles dein skill es ist purer skill purer skill das ist jetzt weil ich jetzt granula ist aber er ist weil ich gold bin jetzt schön wir sind gleich storyline jekt Jesel tut 2 oben und insgesamt liegt die 85 die Was? Wir waren jetzt sauschnell vor, die Shen-Oui. Da waren wir denn nicht, weil das Spiel da war. Na jo, das war irgendwie eine halbe Sekunde oder dreiviertel Sekunde zu früh, an dem Drucker. Ist schlecht jetzt, sehr schlecht. Wollten wir noch Harveste. Das hier ist übrigens nicht mehr, wie wir dann passieren. Ich bin es gebärblich. Ich bin es wirklich ein Problem, ich bin es nicht immer wieder an. Ich bin es nicht, aber es ist nur ein Problem. Ich bin es nicht einfach. Es ist nicht mehr, wir sind her. er fehlt aber ich glaube das bösen ich habe gedacht der q trifft bestimmt wenn er am power geblieben hat ich das nie mit wenn ich wenn ich mal schuhe habe hast du den dinger ja er fällt doch nicht was macht der immer den fiste da oben Nö, der fiffst es nicht. Der fiffst es nicht. Fehlt. Fehlt doch nicht. Die Mastery ist wirklich sehr speziell. Hehehe. Ja, bist du da? Ja. Kann man ja wo hinkommen? Ich sag's mal so, du kannst du zum Gang-Gemuchern wechseln, der Gang-Fact dann wirklich gut vorherplanen. Sonst kannst du ihn ja gerade nützen und später im Teamfight sind sie mega gesp... OP. Wenn du was killst, dann geht's immer gut. Ich komme. Ich komme auch. Okay. Oh fuck. Ich muss nicht mehr nicht sein Werk drauf kommen. Ich komme. Ja. Ach, Face Rush kriegt man auch für Minions. Was kriegt man auch für Minions? Face Rush. Schnell in der Renne Mastery. Hm? Echt? Aber er steht aber Champion. Ja eben. Ja eben. Das ist das. Ah, ne. Aber Armidability... Doch, guck. Wenn er Minion gequeen hat, dann kriegt er irgendwie... ...Movement Speed. Oder kriegt er das vom Team? Von der Phage. Ja, von der Phage. Jetzt. Das ist sozusagen der Phage Rush. Das ist sozusagen der Phage Rush. Ha, 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 ha. Alter, heute haben die aber Comedy ohne Ende. Komm, top. Halt Spaß, Vogel. Ah, Vogel. Victor ist tot gewesen. Ah. Ben. Okay. Mach mich stolz, Yasha. Ja, bei ihm. Flasch, Flasch, Flasch. Flasch, Flasch. Flasch, Flasch, Flasch. Flasch, Flasch, Flasch. Geil! Sehr schön, wir sind fertig. Gehohl die Scheiße. Ich hab versucht, er gehört sich da hin. Ich hab' den Tower. Ich hab' den Tower. Ja. Ich hab' den Tower. Ich hab' den Tower. Ja. Ich hab' den Gate. Ich wollte nur den Tower vorgabe. I want it all. I want it all. I want it all. Und wann will ich? Ah. Okay. Der Electrocute, das find' ich auch ganz cool. Also, der wirkt auch ziemlich stark. Und ein Champion. Was? Das ist ein guter Dunderlord. Ja. Wer hat'n das? Vector. Ah. Ah. Hat mich trotzdem noch nicht Electrocuted. Was? Highflow Arthur. Nee, aber ich leb' noch deswegen. Oh Gott, er ist immer noch da. Und ich hab' kein Flash. Weglaufen. Er ist nicht. Ah. Blube? Ja. Ich kann da nicht nur richtig anfangen. Ich bin da. 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 Gut. Ich bin da. Ja, quasi. Haha. Der braucht. Mann, aber wenn er Mut hat. Ah, der ist ja immer noch da. Ich muss mal weg. Ja, der ist so genau. Ich weiß jetzt. Wenn die Hälfte Domination geht, soll... Nee. Scheiß bin ich. Äh, warte. Was habe ich denn für Mastery? Hä? Du bist rot? Nee. Du bist rot-grün. Ja, rot-grün. Stimmt. Wenn irgendwelche, äh... soziale Politiker gewählt. Ach. In der Mitte war's feste. Wie gesagt, ja, Eva. Aber... Es reicht, du. What? Was ist das denn? Ja. Ah, der Fliss weg! Fuck. Voll reingerannt. Wo ist das hier? Ey, das habe ich gerade. Ich hätte... so schrecklich sein sollen. Das wäre schon mal gewesen. Da habe ich den schönen Blue-Buff verloren. Wiederholen. Könnte ich nochmal break machen? Ja. Ich muss fahren, ist das? Ach, geh mal top. Geh mal top. Oh, ne, dann hast du... Äh... Ich hab Titi. Ich hab schon... Ich war schon wieder hier im Spiel davor. Also, der Skin ist echt nice. Wir haben den Flissgewitter. Ja, ja. Find ich auch cool. Ja, ja. Ha! Bekor. Was? Mach mal. Hier, komm mal auf. Streng genommen? Hat der aber was auf mir gemacht? Nein. Streng genommen? Komm mal her, nur schlagen sie. Bei... bereg Mirjog's- Hmmmm. Ich bin ja hier was. Jen ist kracht. Oder? Jen? Sensei. Gen, Gen, Gen! Was denn? Typ, ey! Schlappst du nicht mit Ansage, oder? Was? Hat die alte gemacht? Die alte war einfach nur... What? Ja, das ist schon jetzt dieser... Ich weiß nicht, du springst da auf den Boden drauf. Ich muss den Tunnel teleportieren. Ah. Oh, ich habe noch nicht die Stats. Ah, okay. Ich habe noch keine Rüstung. Halt sie zu mir! Oh, da war ich! Ich da! Ja, ich weiß. Oh! Ich brauche Rüstung, dass ich den überlebe. Hier war der heute ja noch kaputt. Mit einem Coup. Zwei. Oh, ich mache das hier ein. Ich habe keine Mala! Hat mich geslaut! Ja. Stimmt, das kann ich ja auch mit... Ah! Ah! Das wird Ranked Yard denken. Hm? Das, wenn ich... Care of Dark Harvest Ready Hunter, die Lane kommt, wenn eine Kanone im Minion kommt. Dann smite ich das schnell weg, dann aktiviert es nämlich. Halt! Habt mir eins zuhört hin! performance 111. Hm. Oh, Mann! der burstet mich einfach eins. Zurecht, ey! Der macht's für den Schaden... Du. Dummer, dummer Typ. Ich habe mir auch nicht để Taste Augen auf mir. Ich treffe mal meine... Skillshots, nicht? Oh, gruss. Nein, das sorgt dafür, dass ich nicht spät, dass ich weniger Auer bekomme. Ah, ich habe immer einen Schocken weg. Fahne! Fahne! Achtung! Machen wir, oder? Fünf Leute schafft er nicht. Was rennen wir? Trennen wir die Rüscher-Renner. Irgendwo jemand. Irgendwo jemand. Fählen ihn doch. Boah, Black Cleaver. Ja. Trennen wir Rüstung! Ja, ich verstehe auch nicht warum der so tanky ist. Kann mich hier auch noch nicht erklären. Alter, er hat keine Rüstung. In der realen Mitte. Was passiert hier? Er hat Resolve-Tree, aber so viel Rüstung dürfte er aus dem Resolve-Tree. Er hat rauskriegen. Ne, eigentlich so überhaupt nicht. Können die vielleicht Top kommen oder so? Ich weiß nicht. Da ist ein Silien. Und ein Victor. Oh, okay. Oh! Und da doch der macht den. Oh, ein Faustung! Vorei, du bist wieder zurück. Leute, hier gehts rund auf den Top-Lane. Und auch n' Zen rein. Gestört. Boah. Irgendwie grad nicht genug Schaden, um die dann halt auch zu killen, ne? Die sind ja immer low. Ja, und Zen, dann geht halt zu killen. Ben ulti. Set. Alter. Ja, das ist richtig dreckig. Ja, das ist richtig dreckig. Einfach n' Schmuck. So, man kann den S4 töten und sich seinen Doppelbach abholen. So. Ache ist süß. Ich kenne Diabetes. Runde ganz. Ache. Für manches Ding lohnt sich Diabetes. Ache gehört dazu. Weiße Worte. Ich fahr. Not. Einfach ohne Frontex nicht was mir genommen sagen. Man muss sich die DAP durchführen. Einfach raus, Hau. Haus raus, Eva. Finger weg. Finger weg von denen. Ich muss harvesten. Ich bin fertig mit meinem Wild zu büren. Ich bin fertig mit meinem Wild zu büren. Ja. Ja, Respekt. Fehl. Alle. Die haben Barren oder was? Wann auch. Die gehen nach Shaggy vielleicht. Ich hab kein Wort. Stopp. Ich glaub nicht. Bitch. Nee, da ist schon ab. Wir haben ein Ding auf Pula umgegangen. Meinen. Ich hab... Geil. Wir holen Mutte. Rottauer, ne? Huhe. Wir haben ja genug Wavegear. Anivia. Ja. So richtig schon. Wollen wir nicht mich töten? Keiner will den Gage auf die Leute. Nee, fliege die nicht. Einfach. Unmöglich. Also ich hab nicht genug Wavegear, weil ich einfach rausbleiben muss. Ich bin gleich da. Haben wir drücken. Wir kommen von innen. Oh. 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 Geil Schmur jetzt. Komm. Ohah. Oh. Oh, ich weiß nicht. Oh. Das ist doch immer gut einfliegen Seht ihr den Rufens raus? Ich hab halt noch kein Magic Resist Das ist jetzt, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen Das ist der ähnste System, wo man jetzt im Gegner ist Wo praktisch nur was gerissert Und selber Und das macht jetzt richtig viel, ja Ich muss das noch an den Sensorbausch Hat er schon Ja, hat er schon Oder hat er gerade, keine Ahnung, gekauft Gutes Gamer Gutes Gamer Ah, ok, ich weiß was du meinst Alter, jetzt geht dieser komische Dark Harvest-Babber Ewig lang, wir sind so los Jaja, Dave Last 20 seconds, decrease to 300 seconds after collecting 150 soul assets Aha Das ist ja das Neiße Das ist ja das krasse Late Game dann Oh man Na, ich kann nicht Drago Oh man Oh ja, die machen, die machen Die machen Die machen Drago Komm, ich komm, ich komm Geh morin Geh morin Begegen zwei Ich kann aber das keinen nehmen Das ist so schlimm Achtung, Narciss kommt wahrscheinlich gleich von hinter euch Ich kann einfach rauslaufen Ich kann einfach rauslaufen Toll the botfarm, Vorsicht Die wollen Mitte Komm Die wollen Mitte Komm 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 Wollen wir Engage? Nein. Ja, oder? Nein. Ja, genau. Die Wettwaffe ist vorbei. Die Nasen steht sofort. Nein. Wir können drinnen flammen. Lass mir noch die Wettwaffe machen. Ich bin fest. Oh, diese Karte! Wow! Nein, da kommt die Nasen steht sofort. Warte auf jeden Fall. Die Kackwälder sind. So wie ein Knick ab ist das eine Kackwälder! Schon hat Schirmbein! Die ist wirklich schneller! Warte, der ist schneller! Na, Patch Notes lesen nicht. Das ist dann ja irgendwie langscht auf den Reis, dass du was vertellen hast. Ich glaub, ich hab's auch nichts davon gelesen. Es war, ist aber schneller, also... Das ist eindeutig schneller als vorher. Ich weiß nicht, wie schnell vorher war. Vielleicht das gleiche wie im Dreck mit der Panje und so. Wo Aachen und sich entscheidet, wie sie grad Bock hat, wie schnell sie darf. Und dann Decay! Egal Ich kann einfach fighten. Nice nice nice. Wird ein Pusher oder was machen wir? Baron? Ich komm gleich. Ich bin nicht, dass wir da zwischen trinken. Ich kann aber keine Smite eigentlich, sag ich grad. Und zwar ziemlich leise aus. Ich kann einfach fighten. Nassos, ja. Wer ist was? Der ist raus. Raus, raus, raus. Jetzt müssen die Waves rauspuschen. Bot Lemos auch rauspuscht. Da gucken wir was in der Vision kriegen wir hier. Bot Line. Ja. Und auch Shen mit rein. Ich hab kein Ulti dafür benutzt. Oder was TP ist? Nee TP und dann... äh... Victor hat TP und dann äh... Shen mit ihm rauspuschen. Nice. Ich hab schon hier geprüft. Ja. Ist das über? Okay. Kap du lieber beim Flur. So ist's top. Ich habe noch raus. Das ist was für eine minderte Kreatur, ey. Ja, richtig. Ach, du hast es nicht drauf. Lass dich den Geist da. Verbeiß. Die Kreatur ist noch nicht dabei, also müssten wir jetzt eigentlich befreit nehmen, wenn er Engage könnte. Ja. Ach so ein Shen. Nein. Fuck. What the fuck. Aha, ich habe 133 Schade vom Shen Schild bekommen. Interessant, ja. Den meiner Death Recar. Die Shen Schild haben 133 Schaden. Ja, die Death Recar ist ganz schiffig teuer. Das ist wichtig. Einfach unten. Okay, da auch noch. So leif. Puh. Der hat man einfach nicht, ne? Warum ist der Nasser so stark? Vielleicht mein Fehler. Weiß nicht, warum der so stark ist. Ne, klar. Der wird auch super oft gepickt, irgendwie. Ja, der war halt in jedem Game, geil. Ja, deswegen. War du irgendwo? Hab ich schon verpasst oder so? Nö. Eigentlich hat er nicht so eine gute Fest bekommen. Wie ist das? Wie ist das Anpassung von dem? Da hab ich mich jetzt der auf. Ja, wenn der Schild Back-LD hat, mit ihm zu kosten. Back-LD haben sich, glaub ich, das ist schon eingefasst oder? Wie ist bei jedem Meister angefasst worden? Ja, ja. Ja, das ist ja bei allen irgendwie Rüstungen. Und Tanks sind, glaub ich, ja, nur viel Effekt. Ja. Bei Ordnung. Ja. Aber das ist jetzt nicht auf den Nasus eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Ne. 100 Gold, da hab ich mein Rage-Pay. Vielleicht ist der Nasus doch einfach gut. Kann man eigentlich Gold weitergeben? Nein. Nein. Mocken. Willst du die Wage-Pay-Fauche vor sich? Oh, ich kann vielleicht das Gold-Cap überall, wo das war's. Ja. Nasus Gott. Geh mal hin. Bleib gehen. Oder willst du? Ja. Da kommt ein Shen auf. Da kommt ein Shen, ja. 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 Ich brauche Rexxer. Ach fuck, wir müssen in Mitte. Wir müssen in Mitte direkt. Ja. Rexxer ist es. Das ist nicht die allerbesten. Ich bin nicht unbedingt in Mitte. Notblau. Ich bin nicht zufrieden, oder? Ich bin nicht. Oh, das ist nicht. Mann. Aber wenn der Nasus ist nicht. Wir haben nicht mehr im Geld. Wir haben nicht mehr im Geld. Schnauze. 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 Macht dem Victor halt keinen Schaden. Ja, ich bin jetzt immer wieder die Gerichtung schäuze. Ich auch noch etwas. Gehen ewig lang in meinem Turm und uns passiert einfach nichts. Ich hab Nasus, aber das bringt uns nichts. Na, ich bin nur mit dem Master Rival abgang durch die Fliege gewinnen. Passt halt irgendwann nicht so. Ne, Master Rival eigentlich ganz gut. Aber gegen Nasus habe ich schon immer die Erfahrung gedacht, dass er mit Orden gegen Nasus gibt es nichts. Ja. Wenn er selten ist Nasus, wenn er auf den Saterer fängt, dann ist er nicht so. Ja. Das seins ist, dass er sei schrecklich, dass er schon bei dem Sack ist. Ja. Ja. Und das Problem ist, selbst wenn er Early auf den Sack kriegt, durch den Buff auf die Ultimate, kommt er auch so schnell zurück. Oh. Also ich weiß nicht. Er ist irgendwie... Hm. Ich überlegen. Mit der Ultimate an, das Statt war früher 406. Waren heute noch 206. Die. Ich denke ich werde mal eher noch unter Harry spielen. Tu das. Mach doch mit, wenn er als er steht wollte. Machst du keinen Fall mit? Ich bin noch krank. Die Frage ist, was für Rune-Set mache ich nicht? Wenn er muss Jungle drin hauen, das geht's nicht. Max, du willst Harry spielen? Dann halt nicht jungln wirklich, aber... So geht's, oder? Ich könnte vielleicht eins diktieren, Max. Harry Morgana oder die Anna? Wir probieren es einfach dann, Max. Was meinst du dann, Max? Ähm, lass mich mal ganz kurz Überblick verschaffen. Ah, ich hab die Liebe. Ähm, d-d-d-d-d. Ja, ich denke, Electro-Q ist so die einzig gute Wahl dann wirklich. Dann nimm ich Elektro-Q. Ähm, dann entweder Cheap Shot oder Sudden Impact. Ich entscheide, wie du lustig bist. Ich würde eher Cheap Shot nehmen. Ich würde eher Cheap Shot nehmen. Ich bin noch am Folge, ja. Mhm. Dann Eyeball Collection oder Ghost Poro. Wobei, mach, mach Eyeball Collection. Mach das. Ich bin eigentlich ziemlich safe auf dem Midland mit der Neu-Di. Gib Cheap Shot auf Ari. Ja. Wir sind noch Order Attack. Wir haben mit den Impaired Mover in der Reaktion Steal. Damaging Champions. Also in der Reihe kann ich tatsächlich alles nehmen. Äh, die nächste Reihe. Wenn du wirklich... Die Mühe... Die Mühe würde ich eher nehmen. Wenn ich das rechte oder das linke nehme, muss ich entscheiden. Rechts ist halt besser für Rome. Yay, kann nix mehr weiter. Great. Ja, vielleicht wieder. Jetzt kann ich wieder, aber ich werde erstmal einen Champion-Banner. Ja. Kann ich spielen oder stehe ich mir runter? Ich spiele nochmal nach. No cure for fools. Ah. Kürz, der Jungler bietet. Nice. Wurde er bei gebannt. Das kann auch sein. Was ist das Second Way? Äh, Sorcery. Mit? Und dann nehme ich... Ich würde Gathering Storm. Wie viel hättest du gedacht? Das war stark, Gathering Storm. Äh, das gibt da Minute 50, gibt es da 120 AP oder 72 AD. Und? Und, ähm, das wird jetzt ein bisschen komplexer. So defaultmäßig würde ich da an die Ultimate hat. Die hat relativ kurz die Ulti und die kannst du gut anwenden und wir auch oft anwenden. Ja, okay. Irgendwas ansonsten, ähm, wenn du einer hast, wenn du zusammen mal was der Gegner ist, das ist vielleicht nullifying Orb sinnvoll. Auch in der Reihe. Oder halt, wenn wirklich du net Ends von Dennis vernehmen willst, dann irgendwas aus der Mittlerreihe. Hm, naja, lassen wir mal drauf. Mal looking. Ist das zu spät? Ja, ja. Also eigentlich, so standardmäßig würde ich sagen, irgendjemand von deiner ganz rechts. In egal welcher Reihe du jetzt grad bist. Also, Hut. Äh, Absolute Focus oder Gathering Storm. Wo du grad lustig drauf bist. Der untere gibt mir den meisten AP. Das oben gibt da halt die kurze Ulti-Cooldown. Das ist nackt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh! Oh, oh. Ist der der gleiche? So. Jetzt wird der grad nachspielen. Gibt's eigentlich irgendwo Knopf, wo ich alle Punkte resetten kann? Halt noch mal zu sehen. Ich hab nur erinnern, wo er die ganze Zeit löst. Kann ich ja sehen. Das wäre doch gar nicht. Ach, ich mach das was. Ich wohne um die Ecke vom Schwimmbad. Das ist ja cool. Welche? Schwimmhalle im Mittel. Ernsthaft? Ist das ein Bett? Ja. Ja. Ich will dir mal zeigen, was Gathering Storm alles so kann. Ich bin on von dem Gnar aus dem Maul. Eigentlich kriegt so ziemlich jeder Tank vom Gnar aus dem Maul. Okay. Aber der Gnar ist nicht. Ich krieg ihn aber von dem Maul. Du wärst, ich sah ihn, der wird hingehen und die scheiß Inspiration hast. Du wärst nur noch am Kotzen sein. Welche Inspiration machte ich? Fidivus Load. Wir haben sie nämlich bei Ride-A vorgestellt als Option für Gnar. He's gone. Ja. Dann haben sie irgendeine Fidivus hochgeladen. Und ernst davon war halt dieser toxische Gnar mit diesem Permaslow. Okay, er spielt mit Gnar. Ähm. Ich spiel da statt der Nasus. Hey, Nasda, ich geb einen. Oh, 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 oh. Hehehe. Darwin oder Olaf. Ich bin beides eklig. Ja. Olaf sogar noch mehr. In. Ah, die Eva keine Schaden. Äh, was? In. Ja. Da, Guardian. So, ja. Underlord. So, ja. Underlord. Warte. Der Gin. Ist das der Press Tempo? Oder ist das der... Ne, das ist der Press Tempo, gell? Wo man nach 1, 2, 3, 5 Sekunden... Na, ich glaub, das ist das Anderen. Damit Damage macht nur 3 Sex, aber... Wie sieht's denn aus? Sieht's aus wie Fuß. Das sieht so länglich aus wie ein Schwert. Mit zwei Striche daneben. Das ist das... Wie viel Tempo? Ja, okay. Auf Gym, ne? Auf Gym. Da kann er's gut verwertet, denk ich. Ich wär's nicht. Also, du musst mal nochmal überprüfen, wie gut die Verwertung tatsächlich ist. Also, auch drin haben wir jetzt nicht so geil. Ja, ich glaub, das hat er auch immer... Haben wir jetzt ein 5 gegen 4 Spiel? Ah. Flut, wenn das sich aktiviert, erhöht sich halt immer statt, das ist ja AD. Ja, schwer. Deswegen, ja. Also, vielleicht ist das gar nicht so dumm. Ja, die zu erhöht sich sein AD. Ja, aber die zu erhöht sich sein AD. Also, Late-Game, wenn du wirklich viele AD-Items craftsch, dann ist es wahrscheinlich saustark. Wenn das wirklich in dem Zeitfenster genau der Saramarkand steht. Im Arakand. Wie funktioniert bei Chin mit Lower Attack Speed? Äh, sein Angriffstempo erhöht sich fast gar nicht. Mhm. Also, von Items erhöht sich's gar nicht. Vom Level erhöht sich's ein bisschen. Und bei ihm bei der Crit und Attack Speed werden dann irgendwie noch prozentual... Also, die gibt nur prozentuale Bonus AD. Okay. Was denn du für machst? Die, die Schaden macht und Heilung verstärkt, irgendwie so. Ah. Ja. Den Fuchs. Mhm. Den Fuchs, du. Gegen wen bringt denn ein Frozen Hart zum Beispiel gar nichts, oder? Gegen wen? Gegen Jim. Oder... Das verringert der AD. Ah. Also, der Prozentsatz Bonus AD, wo er von der Attack Speed draufkriegt, wird verringert. Okay. Ich muss jetzt... Ich muss jetzt... Ich muss jetzt im Moment selbst schon mal den LoL-Wiki nachschlagen, wie der es verwertet hat. Das ist nicht ganz komisch. Hey, hey, Wiki. LoL-Wiki, hey. Alle mit dem Kind unterwegs. Also, ich hab's Blau-Alben geholt, ne? Abfahrt. Oh, die Wilds-Wizit die, Eva. Eigentlich Komete Mastery noch miteinander. Nee. Die macht ja ab nächstes Jahr bald. Die ist ja ne Mischung aus ne Kometen und ein bisschen passiveren. Bestimmt. Also, der Fuchs, der macht bisschen weniger als der Komete. Der macht 20 bis 100 irgendwie und der Komete macht irgendwie 30 bis 120 oder so. Aber dafür verstärkt der Fuchs, wenn man auf Allies Space Castle noch das Schild. Er gibt noch ein Schild dazu. Ach so, aber das funktioniert wie das Komete, oder was? Ach, Schilding. Ich dachte auch beim Heilen. Oh, das ist ja useless. Beim Schild. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wenn du... Boah, Schilding. Damaging Enemies. Ach so, Schilding. Ah, ich sie, ich sie, ich sie. Okay, gut. Ja. Was? Wenn du... Wenn du... Wenn du... Wenn der... Wenn ein Ally zielte an den Spells ist, wird er geschildet von dem Array. Nicht nur ein Schild wirken, sondern wenn ein Ally zielte an den Spells ist. Ja, ja, ja. Also, Jin hat im Late Game plus 40% Bonus AD. Plus 4% pro 10% Crit Chance. Plus 2,5% pro 10% Attack. Ich kann eigentlich ausrechnen, was für Werder da sind. Ich könnte irgendwie nur mal so... Boah. So auf der Endseite von B70. Wie viel Attack-Speed hat man eigentlich am Schluss so für? Also... Prozente extra. Und... Run. Weckritte-Items. Das wäre sich jetzt nicht auswendig. Wie soll ich keine... Ja, das ist super. Geht auch mit Auto-Effects am Schild. Was geht auch mit Auto-Effects? Der Fuchs geht auch mit Auto-Effects. Ja. B. Dann hast du dich doch gefroht, warum das Mana so komisch aussieht. Ja. Ja. Das ist, wenn dein Komete ready ist. Nee. Ich glaube, das ist, wenn du diesen blauen Ring in den Sorcery Masteries hast. Den... Anders so... Ja, der da... Wann ich glaube, seine? Genau. Wenn das ready ist. Das wäre jetzt meine Vermutung. Es gibt ja noch andere Mana Mastery. Die müssen Precision gibt. Die könntest du gleich auch sehen. Die hatte ich nicht. Okay, gut. Dann weiß ich noch. Kann ich mir irgendwo anzeigen? Ah ja, San Eri. Ist eigentlich richtig geil. Ich weiß nicht. Was hat die nicht ganz gut eingebaut? Werfen Sie die, dass sie nicht ansprichert? Wie gut gemacht hat? Wie viele Sieg schon wieder wissen. Ich kann mich nicht gleich weitermachen. Ich kann mich nicht mehr mal Dank. Ich kann mich nicht ganz genau zeigen. Also, was passieren kann mit Jhin und dieser Mastery? Ja. Attack Speed, also wenn du dir 4 Geschuss abfeuerst, dann kriegst du auch ein Movement Speed von uns und der eskaliert mit Attack Speed. Und zwar ganz gewaltig. Das ist schon richtig schnell. Jo, wenn er das halt in dem Moment, wo das Ding angeschmissen ist, dann trifft, dann wuselt der dir wahrscheinlich nicht. Ja, gut, am Ende auf höchstem Level 80% Attack Speed bekommen hast. Deswegen hatte ich es auch auf Drinder mehr mal probiert, aber auf Drinder mehr kann man es nicht wirklich benutzen. 80%? Ja, das steht da. Ja, ich will jetzt einfach nur rechnen, wieviel der jetzt kommt. Boah, Olaf ist schon eine ganze Weile weg. Wenn das wirklich recht ist. Also, mit zwei Crit Items kriegte 68% Movement Speed. Was bei zwei Crit Items, wo es selbst schon mehr Movement Speed gäbe und Swifty Boots sauschnell ist. Wenn du jetzt noch ein drittes Crit item statt dem AD item gefangen hast, dann rennen so die Kenianer da rum. Machst du für keinen Start. Rennst du dir so? Machst du für keinen Start. Warte, Max, könnte ich dir sowas sagen. Warum nicht? Du bist so ein nicht guter Marathon. Du musst dich doch nicht verstellen. Ja, stimmt, das ist ja Max, der ist schon in der Stream. Ha? Ha? Meinst du, das ist Streamer? Ja. Was hat das Streamen denn bitte damit zu tun, dass ich da grad verkackt hab? Wer streamt hier? Kurz wieder rassistische Ausdrücke von Sizer. Achso. Das ist mir gar nicht aufgefallen, weil er zu sehr entspielt hat. Ja, ne, hab mich grad zu sehr drüber aufgeregt, dass ich da verreckt bin. Die Minions kommen ja jetzt früher, oder was? Eigentlich. Ja. Ja. Zehn nach. Ich hab schon... 70 Sekunden. Ich find Elektro-Q für'n Arsch. Dieses Ari ist einfach viel geiler für einen, der auf'n Distanzangreif basiert. Das ist... ist satt. Ja. Das synergiert halt mehr mit Chill-Jampions, ne? Ja, da brauchst du wenn dann halt den Komet. Ja. Ja. Der Komet weiß auch nicht, Ari. Okay. Ich hab jetzt Ulti. Falls ich's nicht seh, könnt ihr auch gern schreien. Nee! Und jetzt, ich komm halt an die... ...Troll-Line dran. In deinem Spielchen. Oh ja, na. Ja. Hm. Die saunt halt, ne? Die kickt mir so auf die Knärze. Dann muss die Welt und dann wollen wir die. Richtig. Graben. Ach, die kommt auch gut. Dann kommt... Also der Olaf ist überhaupt gar kein Problem. Ich weiß nicht, ob es in seinen Master-Rills liegt, aber... War dein? Er spielt auch Resolve. Also auch Crash of Undying. Aber mit Precision. Ich fühl... Also auf Olaf ist vielleicht lethal Tempo gar nicht schlecht. Da hast du zu wie gestörte. Ist halt echt so. Der kriegt ja schon sowieso einen Haufen Basis-Attack-Speed. Einfach über sein Kit. Ja. Das war's. Ja, ne. Was ich mit Lindermehr halt festgestellt hab, was ist problemisch mit lethal Tempo. Also... Dass du als Nahkampf-Champion das nicht so effektiv wirklich trocken kannst. Ich muss halt dann komplett... Ja, stimmt. ... bald drin bleiben. Also... Gut wär's, wenn du so... Wenn du Nahkampf-Champion wärst, mit so nem... Ah ja, Olaf hat auch die Axt. Oder wird das nur mit Auto-Attack-Block? Weißt du wirst die Axt? Ja, das wird nur mit Auto-Attack-Block. Ah, ok. Wo... Wo das bestimmt richtig nice drauf ist, ist Kayle. Ja. Was sieht mit dir? Oh oh. Trevon. Ey, er kennt allerdings die Axt-Attack gut. Ja, aber... Armour shredden tut Kayle ja eh. Äh, Kayle ja eh. Ja, das ist ja okay Armour shred. Das ist, äh... Schadenserhöhung. Die... Geht mit dem auf alles drauf gerechnet. Die ohne Alters raus? Ja. Ja. Oh, das Ding hier so grad so gestohlt. Hat irgendjemand nen größeren Angriffsreich weiter als ich? Ok, ja, kein Mobs mehr. Oh, warum hat es den nicht genug ab? Ah, den kann man nicht disablen in seiner... Ulti, gell? Das ist so. Wenn der zu Gold in Weich ist, kann man den nicht... ...zudrissen. Ach, der leuchtet... Der leuchtet rot. Das Goldene leuchtet wäre dein Mensch und dann Righteous Glory. Ja, ja. Er leuchtet. Er leuchtet. Er schreit und leuchtet, wenn er das... Wer kommt ab, ne? Was? Wer kommt ab? Hier? Gleich. Ja, gleich. Ja, jetzt muss ich... ...dass ich den Stil, wenn ich gegen die Power... Soll ich dann Botlane runtergehen, oder? Ne, ne, wir schießen seine Flush Was? Das war knapp Ich hab auch immer manchmal das Gefühl, als hätte sie die Tau-Race geändert Ich hab vor allem das Klingeln nicht gehört, ne, das Spiel Komisch Dann nehmen wir den Herald, oder? Ja Wenn dieses Poro-Fisch da drin sitzt, dann haben die Vision auf dem Pitch, oder? Ne, das ist unser Ja, da haben wir Vision in dem Pitch, oder? Achso Ajo Das Multi für den Scheiß verschwindet Du hast dich doch nicht ganked, ey Alter, da kam irgendwas aus der Lüfte Geschwebt Lässt gleich hoch Ah, ne, die Oriana ist noch so schön Ja, und hier geht einem ganz schön auf den Satz Ne, das ist noch nicht so schön Das ist noch nicht so cool Das ist noch nicht so schön Ja, da ist ein ja ja Olaf ist hier ja 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 hier Super klar Was? Ich hab das nicht verwandelt gerade Ich glaub ich bin zum die Wulz Sorry Ich glaub ich bin zum die Wulz Ich glaub ich bin verschwendet Oh die EVE geht da rein Die Wulz Die Wulz Die Wulz ist schnell So einmal da Vielleicht da So Das war zu Raka Cool AP zu Raka Go Die Oriana macht ein mächtiges damage Ich gehe mal kurz. Ja, gemacht. Sven ist wahrscheinlich alle top. Was? So hat er da, ne? Der Cookie-Delivery-Service ist auch ganz nice, auch warm. Oh. Oh, keine Chance, aber was dann? An oldie. Warum ist der Max jetzt eigentlich schon weg? Bitte? Warum der Max weg ist. Achso, keine Ahnung. Vielleicht muss er mal raus, was weiß ich. Ich muss mal kurz fragen, wer bist du eigentlich? Vielleicht noch gar nicht rausgefunden. Na, der Gamer natürlich. Die Frage hat einfach geklärt, oder? Der was, der? Der Gamer in den Kreisen dieser Truppe. Weil Max und Max ist etwas verwirrend. Ah. Auch ein Max. Genau. Ich weiß nicht, ob das. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit nie fliege, oder? Ja. Ich bin dann zwar manchmal jemanden mit, aber nicht immer. Am Anfang habe ich zwei gute Gangs auf Urlaub gehabt, aber die waren auch quasi 3, weil der war eh fast tot. uh oh alter hallo hallo ja aber hier neuer ja du musst äh ja oh mein gott helfe nicht, was machst du? wir wollen dieser dir dabei helfen oder wie ist das? was? ähm 19 minuten kommt drauf an bei mir steht eine 20. SP naja egal ich muss auch weg ich hab kein live mehr leck mich ey was für rune macht man sich du eigentlich oder kann man das eigentlich dachten? da muss man sich auch was dachten kommt drauf an was die Spiele sind aber wenn du bis hier einen Durchblick hast dann gehts irgendwie nicht also allein vom Namen her hätte ich jetzt alles zuordnen können außer mit der Rage das ist so ja das kann man auf allem spielen ja also wenn du nicht weißt was du spielen sollst utility geht immer auf als zweiter tree 5 oder? also ich dachte ne du hast einen zweiten du hast einen Haupt tree aus dem hast du die keystone und aus jeder tier einen und aus deinem zweiten tree hast du zwei dann nehmst du Sorcery mal dann nehmst du Sorcery genau oder was du auch nehmen kannst oder oder domination die electrocute müsste eigentlich auch aber wobei nein die ult grob das ja nicht das ist ja nur eine attack aber wieso die domination wäre das für jungler ne domination ist was für leute die die viel Burst-Shard machen. Was ja auf Syndra zum Beispiel ganz gut passen würde. Burst, Mages, Assassins, sowas. Was ist denn da los? Hallo! Precision ist schwächer. Precision ist so... Hauptsächlich Attack Speed und AD und sowas. Also ich spiel das auch zum Beispiel auf Gründermeer, aber hab ich mit denen jetzt mal angefangen. Stimmt, da solltest du den neuen Roll Scheiß raus. Viel Scheiß. Ist wahrscheinlich viel. Ist halt alles neu so, ne? Haha, ich hab ein Krieg. Ich hab echt wenig... Essenz, das ist echt ein Witz. Was weiß ich denn? 25.000. War schon der Loot ausgepackt? Welcher Loot? Du kriegst für die Runen und sowas kriegst du auch. Viel? Epa? Guck mal in deine Biss. Epa? Epa? Ja genau. Dann krieg ich ähh... Da auch wieder. Dammit! Nein! Wir sind jetzt noch! Ja, ne, wendet alle die Tümmen noch. Ich krieg... Ja, äh, nur so nebenbei Bünnie, ich hab nur 8500 Blue Essence. Ja, wieviel kriegst du durch die Missionen noch, Christian? Ich hab keine Mission. Wie durch? Gar keine. Du hast doch Runen gekauft, du kriegst für die Runen, die du ja gekauft hast. Nein, du hast nicht so viele Runen. Doch. Ich hab schon mal eine Page gehabt, oder? Nein, ich hab drei. Ja, guck. Drei Runen! Drei Runen-Pages. Drei Seite! Ja, also eine Page gekauft. Du hast gar keine Missens, du müsstest Missens. Du müsstest Missens, du müsstest Missens haben und da kriegst du dann deinen Durchschnitt. Ja, schwierig. Ich glaub, der Christian will einfach den Missens-Tabnet. Ja, ich glaub ich auch. Ja, wie gut kriegst du dann? 75.000. So, in Ordnung. Ja, ich kriegst ja nicht die tollen Runen. Ja, ich hab eben 30.000. Money Bank von Karte. Also ich hab... Ich hab 29.000 gekriegt. Ich hab auch bei weitem so viele Runen wahrscheinlich wie du. Ich hab 20 von diesen Runen gekriegt. Ich hab 126 gekriegt, also bitte. Hat auch was zu schreiten. Also für die Runen-Zeiten... Das steht ja eigentlich nie. Für die Runen-Zeiten kriegst du ja auch nicht so viel. Für die Runen-Zeiten, wenn du die mit IP gekauft hast, kriegst du... Ehm... Weiß nicht gar nicht, was du da kriegst. Schon wenn du es mit IP gekauft hast, kriegst du pro angefangenes Tier... ...ein Legendary-Wall... Äh... ...ein Legendary-Skin. Ich hab 2 mit IP gekauft. Ich hab 2 mit IP gekauft. Und hab dafür den Cyber-Lord on gekauft. Und dafür den Cyber-Lord on gekauft. Okay, perfekt. Wuh! Nein! Das sind dann für Game-Stones-Frage. Ich hab auch was, weil ich ein Besonder-Frage. Was wär... Cam-Stones vielleicht? Im Besonder-Frage. Weil du halt nur einen bekommst. Die 100.000. 100.000 kriegst du 12.000. Geil! 100.000 kriegst du zwei Game-Stones. 100.000 kriegst du 12.000. Achso, ich dachte, da kriegt man nur 1. Das war ein ganz schön schlechter Fall. Das war ein ganz schön schlechter Fall. Das war ein ganz schön schlechter Fall. Hä, wieso kann man jetzt nicht nur noch eine Room-Page kaufen? Das ist so saudumm. Du kannst dir mehrere Room-Pages kaufen. Also du hast nur die Room-Page-Anzei, die du vorher auch hattest. Ich hab jetzt hier. Aber du kannst dir halt im Champion-Select ändern. Du kannst dich auch ändern. Andy reicht doch. WTF? Ja. Ja, ja, klar. Ja, aber im Shop kann man sich nicht zu tippen. Äh, Room-Page kaufen. Ja. Wgartner Z는지qué welcher Seddon gibt. Ja, das geht. Ja, die Kankzeit. Ja, das geht. Ja. Welchen Tree ist das? Der grüne. Ich geh mal links die Wave machen. Ah. Ich kann meine Lootseite nicht laden. Ja, das ist manchmal. Kommt der Adore. Ja, das war vorhin auch so. Statt mal den... Ah. Hab ich grad schon dreimal neu gestartet, Jörg. Ja, dann brauchts bisschen. Bei mir hat's auch bisschen gedauert. Ja. Bei mir hat's immer mehr geklappt. Ich konnte auch vorher meine Runen-Zeite nicht öffnen. Kann man jetzt weiter... Ist das so... Irgendwie weiterleveln als Level 3? Ja. Ja. Level Cap ist aufgehoben. Gibt keine IP mehr. Äh... So doof ist, wenn man... The Keystone sich wählt. Hat man dann auch... Hat unterschiedliche drei... Äh... Mastery-Dinger da noch... Ja, also die anderen sind... Warum hat der Olaf Rechte bei irgendwie Ghost? What the fuck? Ne, die sind alle gleich. Okay. Und du kriegst je nachdem was für... Also dein Haupttree bestimmt auch was für ein Zusatzattribut bekommen. Also ich hab... Zum Beispiel als Haupttree Resort... Ich krieg's glaube ich 130 Helps noch zusätzlich dazu. Ich steh dann aber immer dran, wenn du den zweiten Tree ausgewählt hast. Und soweit ich weiß, hängt's nur vom ersten Tree ab, weil ich hab noch... Ich weiß nicht, wenn das... ...irgendwie verändert. Also ihr könnt eure Wards erstellen oder irgendwie jeder Tree upstatten? Ach so, ja. Ich bin nicht zu 100% konzentriert in dem Spiel, weil ich grad noch am Leben bin. Aber du hast schlecht. Wenn du stehst Monster, ist das Arzunien? Ne. Ne. Äh... Monster ist Jungle. Ja, ne. Welche mag du jetzt und dann... Alter weg. Ah... I have no chance. At all. Ich hab' jetzt schon verdienen können. Ne. Die war geblockt. Und der gefällt die X-Block. Was? 3 zu 2 ist failed. Wie meinst du das denn? Wie meinst du das denn? Wie meinst du das denn? Wie meinst du das? Wie meinst du das denn? Wie meinst du da? Wenn dein Flash auf Cooldown ist, kannst du 2 Sekunden channeln und dann hast du auch ein Flash. Aber geht nur Out of Combat. Du kannst unten... Wie meinst du das denn? Wie meinst du das denn? Ähm... Ne. Das... Einfach wenn dein Flash auf Cooldown ist, hast du quasi ein Flash. Der aber nicht so gut ist wie ein Flash, weil er muss 2 Sekunden channeln. Wenn du unten auf... Ähm... Unten auf der Rune-Page ist so ein... Rune-Page ist unten links so ein Crashchen, da kannst du ankreuzen, dass es dir mehr T-Shirts anzeigt. Achso. Also so hab ich Fischchen, ich hab's noch nicht gespielt tatsächlich. Keiner gesehen den Flash. Ja, er ist schnell, der Film. Ja. Wie monde. Z تم nämlich في Kung ак Sösen always bagannend. Zit, der Film دور. Und zwar Teig! R腿 oder Der Film. Posglied der Film. Wirklich sozusagen von Forder. Wieے Bekann klt. Ich verstehe das nicht. Excess healing on you, here comes the shields for up to 100% GPC Wenn du 900 von 1000 Health hast, du kriegst schon 300 Punkte Heal, hast du 1000 Health und 110 Punkte Shield. Ich verstehe das nicht. Genau. Oh. Oh. They're mine now. Und dann die. Oh nein, hab ich gerade getötet. Nee, ich wollte eigentlich nicht wirklich. Ich hab mich wirklich. Ich glaube, am Anfang war ich mit mehr Runeseite. Kann ich dir nur drei Stück machen? Nein, du kannst nicht so viele machen, wie du vorher Runen-Page hattest. Ich kann mir vier machen. Mal aufgehen. Das ist cool. Also kann man sich nicht nur eine Runeseite kaufen. Ja, klar. Das hat auch früher nicht vorhin gesagt. Achso, ich dachte, das wäre nur ein Haus geflitcht worden. Nee, nee. Oh, form bitte. Sind die nicht alle im selben Spiel? Doch. Doch. Ich bin nicht in-game. Ich bin in-guild-box. Yay. Bei ihm hat es gerade noch ein bisschen ausgedacht. Nee, das ist alles. Ich bin ein bisschen krank, alles, ne? Ja, ja. Der kleine Leck-Ultra. Gut, das war's für mich dann auch heute. Sayonara.